Herzlich willkommen zur Astlepios Informationssendung. Darmkrebs ist bei Frauen und Männern die zweithäufigste Tumorerkrankung. Und in Deutschland nimmt die Zahl der Neuerkrankungen sogar noch zu. International betrachtet ist die Bundesrepublik sogar auf einem Spitzenplatz. Dabei ist das Ironische daran, dass Darmkrebs die einzige Tumorerkrankung ist, die durch eine gute Vorsorge verhindert werden kann. Bei mir ist Prof. Dr. Karl-Heinrich Link. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Viszeralchirurgie an der Astlepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie behandeln ja in Ihrer Klinik die Darmkrebspatienten. Muss man denen eigentlich fürchten? Man erzählt sich ja immer Schlimmes, künstlicher Darmausgang und so weiter. Das ist eine gute Frage. Also Darmkrebs muss man nicht fürchten. Man muss dem Darmkrebs begegnen. Entweder durch Vorsorge oder eben Früherkennung. Und wenn der Tumor früh erkannt ist, hat man durch die richtige chirurgische Behandlung eine sehr hohe Heilungschancen. Und die Heilungschancen sind in den letzten Jahren gestiegen. Diese chirurgische Behandlung, also die Operation, welchen Stellenwert hat die? Also heilen können Sie den Darmkrebs nur durch den chirurgischen Eingriff. Und es gibt verschiedene Stadien von Darmkrebs. Und in Stadien 1 bis 3 gibt es ganz festgeschriebene Regeln, wo wir auch mit beteiligt sind, diese Regeln zu definieren. Wenn man die einhält und wirklich gut operiert, eine gute Qualität abliefert, dann haben die Patienten insgesamt eine Heilungschance, die fast an 70 Prozent geht. Ja. Muss man denn immer operieren? In den allerfrühsten Stadien kann man die Polypen, die einen Krebs beinhalten, durch die sogenannte Koloskopie, das ist die Darmspiegelung zur Früherkennung, entfernen. Und wenn das ganz frühe Stadien sind, reicht dieser Eingriff aus. Man braucht dann keine Operation durchzuführen. Das ist allerdings selten. Das ist selten oder kann man sagen, man kann den Großteil des Krebses dadurch beseitigen, dass man die Darmpolypen vorher entfernt? Das ist eine gute Frage. Also die Darmpolypen ist wieder was anderes als Darmkrebs. Die Darmpolypen sind Vorläufer. Die kann man durch die Darmspiegelung erkennen und bei der Darmspiegelung entfernen. Das machen überwiegend die sogenannten Gastroenterologen. Und die Polypen werden entfernt, werden dann vom Pathologen untersucht. Bei 25 Prozent der gespiegelten Patienten sind Polypen gutartig und bei weniger als ein Prozent wird ein bösartiger Tumor entdeckt. Und dann kommen die Patienten in der Regel zum Chirurgen, also zu mir. Ja, ich möchte da noch eine Frage stellen zum Thema Darmspiegelung. Das ist ja für Menschen etwas, da stellen sie sich immer ganz grausig vor und da wird was ins After eingeführt und so weiter und so weiter. Und manche fragen, ob es da auch Alternativen gibt zur Darmspiegelung. Gibt es die? Also erstmal die Darmspiegelung. Ich habe die auch schon selber zweimal machen lassen. Ist keine fürchterliche Untersuchung, sondern man geht gut vorbereitet rein. Und viele Gastroenterologen machen das in einer kurzen Narkose, sodass die Patienten am Ende fragen, wann fangen sie denn endlich an? Also man merkt das eigentlich gar nicht mehr. Diejenigen, die keine Spiegelung haben wollen, da gibt es eine radiologische Untersuchung, das heißt virtuelle Koloskopie. Da kann man Polypen auch entdecken, aber wenn dann Polyp da ist, das ist ja bei 25 Prozent der Untersuchten, dann muss man die Koloskopie machen, um die Polypen zu entfernen. Also entkommt man dann doch nicht der Darmspiegelung im Grunde genommen? Wenn Polypen da sind, entkommt man nicht. Genau. Nun waren wir ja dabei, über Operationen zu reden und Sie sagten, es gibt ja Vorgaben, an die man sich hält und dann kommt man zu einem guten Ergebnis. Wie funktioniert eine Darm-OP? Also eine Darm-OP sollten die Chirurgen machen, die eine spezielle Ausbildung haben. Das sind die Bauchchirurgen. Ich bin ein Bauch- oder Vistralchirurg und wir wissen durch jahrelange Schulung, wie operiert werden muss. Man muss in vorgeschriebenen Schichten operieren, man muss den Tumor wirklich ganz samten und vorsichtig angehen, man muss alle Hüllschichten beobachten, man muss die umgebenden Organe schonen und die Lymphabflussgebiete mitnehmen. Das ist gute chirurgische Qualität. Dazu gehört aber auch, dass man dann die Darm-Kontinuität wiederherstellt. Sie haben vorhin gefragt, Stoma-Anlage, die Notwendigkeit zur Stoma-Anlage, die geht auch zurück. Die ist nur notwendig bei Enddarm-Krebs. Ansonsten stellt man chirurgisch eine Verbindung zwischen den durchtrennten Darmabschnitten her. Ich mache das am liebsten bei Handnaht, weil der Nahtbruch, das ist etwas lebensgefährliches. Deswegen muss man das gut können. Der Nahtbruch ist bei uns äußerst selten. Ja, gut, das setzt ja voraus, dass man die befallenen Teile des Darmes auch tatsächlich entfernen muss. Also man kann den Darm ja offensichtlich nicht erhalten und nur die Tumore, die Tumoren abschaben, sondern offenbar muss man ja das ganze Darmstück dann entnehmen und den Darm dann wieder zusammennähen mit der Naht. Ja, genau. Das fragen die Patienten immer. Die fragen mich dann, Herr Prof. Link, warum muss so viel Darm entfernt werden und wie ist denn die Funktion nach der Operation? Und die Darmlänge ist einfach festgelegt durch das Lymphabflussgebiet, weil da können Metastasen hingehen und das wissen wir. Und deswegen muss man diese Metastasenmöglichkeit mit entfernen, um die Heilungsrate zu steigern. Die Metastasen, kann man die denn alle schon mit entfernen, die Gebiete, wo Metastasen entstehen können? Wie weit streut der Krebs? Ja, das ist eine gute Frage, die wir natürlich ganz genau wissen. Vor der Operation muss man den Patienten überall da untersuchen, wo die Metastasen hinstreuen können. Beim Darmkrebs ist es so, dass die Leber und die Lunge sehr häufig befallen sein können, aber auch das Bauchfell. Und wenn die jeweiligen Organe alleine betroffen sind, dann haben wir mittlerweile zusammen mit der Chemotherapie Behandlungsmöglichkeiten, wo man Heilungen erzielen kann, die früher nicht möglich waren. Und da haben wir einiges dazu beigetragen, auch hier in Deutschland die Entwicklung voranzubringen. Was sind denn das für Behandlungsmethoden? Also normalerweise, wenn wir uns mal konzentrieren wollen auf die Lebermetastasen, Lebermetastasen kann man operieren und durch die Operation die Patient heilen. Das hängt von der Stelle der Leber ab, die betroffen ist und der Anzahl der Metastasen. Wenn aus irgendeinem Grund, Ausdehnung dieser Metastasierung eine Operation der Leber nicht möglich ist, kann man vorher eine Chemotherapie machen, die Metastasen verkleinern und dann operieren. Das geht bis hin, dass man die Leber zuerst die eine Seite operiert, lässt regenerieren und operiert dann später die andere Seite. Und da waren wir weltweit die Ersten, die das 1993 schon gemacht haben. Also das ist heute Standard in guten Kliniken. Ja, und wie lange ist denn der Patient dafür im Krankenhaus insgesamt? Jetzt für die Darmoperation? Speziell, auch wenn man die Leber auf diese Art und Weise therapiert. Das hört sich nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus an. Ja, also Leber, auch da braucht man eine gesonderte Ausbildung. Man muss Leberchirurgie gut können. Und die Aufenthaltsdauer beträgt so zwölf bis vierzehn Tage nach der Operation. Ja, und bei der Chemotherapie oder der Strahlentherapie, von der Sie sprachen, auch das wird ja vom Patienten gefürchtet, weil es ja auch sichtbare Nebenwirkungen gibt. Die Haare fallen aus, anderen ist sehr übel dabei. Braucht man die nun immer, um ein gutes Ergebnis zu erzielen bei einer Darmoperation? Also die fangen wir jetzt mal unten an. Und zwar die Strahlentherapie, die ist nur notwendig bei den mittleren Stadien des Enddarmkrebses. Und mit der Kombination Strahlentherapie, Chemotherapie, die verstärken sich untereinander und dann Chirurgie, hat man die örtlichen Heilungsraten enorm gesteigert. Also eigene Historie, Universität Ulm ohne diese Behandlung, örtliche Wiederkehr 30 Prozent und an unserer Klinik, modernste Methoden, ist die örtliche Wiederkehr jetzt weniger als 5 Prozent. Das sind Spitzenentwicklungen für die Patienten. Ja, und wie lange braucht man dann, um sich von den Nebenwirkungen der Chemo oder der Bestrahlung zu erholen, die ja dann nochmal parallel zu der Erholung, der durch die OP vonstatten gehen muss? Das ist natürlich richtig. Die Frage, also wenn diese Chemo- und Strahlentherapie gemacht wird, warten wir sechs Wochen ab, bis wir die Patienten operieren. Weil die Patienten müssen dann einfach im besten sonstigen Gesundheitsstatus in die Operation gehen und die tolerieren das auch, die Operation. Und wie, also das sind ja nun sehr komplexe Abläufe, da sind verschiedene Ärzte beteiligt, jeder Patient ist anders. Wie gewähren Sie denn eigentlich, dass Sie sagen können, wir machen hier eine gute Behandlung, wir haben hier einen guten Standard, ein Goldstandard für uns, den wir auch immer aufrechterhalten können? Auch da hat sich für die Patienten und die Ergebnisse viel getan in den letzten Jahren. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat da Kommissionen, die erstellen Leitlinien, orientiert an den immer aktuellsten Ergebnissen der Wissenschaft. Ich bin in diesen Kommissionen drin und diese Leitlinien muss man umsetzen. Früher hat das eine entschieden, diese Behandlungsstrategie. Und heute ist es so, man muss zum Beispiel die Enddarmkrebspatienten vorher in einem Komitee vorstellen. Das ist das Interdisziplinäre Onkologische Konzil. Und da wird für die Patienten immer das Beste, individuell das Beste entschieden. Und dann geht der Patient diese Behandlungskaskade durch. Das heißt also, der Patient kann sich darauf verlassen, dass mehrere über ihn nachgedacht haben und dass man sozusagen das Beste aus der Summe bekommt. So kann man es so für sagen. So macht man das in modernen Darmkrebszentren. Ja. Und wenn nun alles gut gegangen ist mit der Operation, Sie sind zufrieden mit dem Behandlungserfolg, der Körper bleibt ja für den Patienten derselbe. Also wie geht das denn jetzt nach der OP weiter? Man wird entlasten, man kommt nach Hause und dann kann man tun, als wäre nichts gewesen? Ja, ganz so schnell geht es nicht. Also der Körper ist nicht derselbe. Also wenn man Enddarmkrebsoperationen macht, dann muss man auf die Funktion der Beckenorgane achten. Insgesamt muss man auf die Darmfunktionen achten. Der Körper ist geschwächt, das ist bei jeder Operation, auch von gutartigen Indikationen so. Und die Patienten mit den Tumorerkrankungen, die müssen alle in die Rehabilitation gehen. Drei Wochen lang, da werden die Patienten wieder fit gemacht, körperlich und natürlich auch psychisch. Das ist auch wichtig. Und dann können die Patienten im Prinzip ihre Behandlung nach der Operation machen. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, kommt dann die kontrollierte Tumornachsorge. Und wie sieht die aus? Auch da ist so, das sind Entwicklungen, die dann in diesen S3-Leitlinien festgehalten sind. Also bei uns sieht es so aus. Wir haben ein extra Nachsorgesekretariat. Die Patienten bekommen von der Sekretärin einen Ordner. In dem Ordner sind die ganzen Informationsmaterialien drin, der Nachsorgeplan. Und die Sekretärin kontrolliert dann, dass diese Nachsorge über fünf Jahre in den festen Abschnitten durchgeführt werden. Dadurch geben wir den Patienten Sicherheit. Die haben ja immer Angst vor der Wiederkehr der Erkrankung. Ja. Und kann man alles essen danach, was man auch vorher gern gegessen hat nach der OP? Eigentlich schon. Also das kann ich als Media beantworten. Ja. Eins fällt mir noch ein, künstlicher Darmausgang, Stoma. Da deuteten Sie ja am Anfang schon an, dass der ja nicht unbedingt immerwährend sein muss. Wie ist denn das? Also in welchen Fällen ist denn das eine vorübergehende Maßnahme? Und in welchen Fällen muss er bleiben? Also beim Dickdarmkrebs, das ist eigentlich die häufigere Form, braucht man kein Stoma. Beim Enddarmkrebs, vor allem in den beiden unteren Etagen, muss man immer einen Schutzdünndarmausgang anlegen. Und der bleibt bei unseren Patienten für drei Monate. Und der wird dann über einen kleinen Eingriff wieder zurückverlegt. Und ein bleibendes Stoma, das wird nur angelegt, wenn der Tumor sich kurz vor dem Schließmuskel befindet und auf die Chemo- und Strahlentherapie schlecht angesprochen hat. Dann ist man gezwungen, den gesamten Enddarm mit Schließmuskel zu entfernen und ein bleibendes Stoma anlegen, das ist bei höchstens 7% der Patienten notwendig. Früher waren das 20%. Da haben sich die chirurgischen Techniken enorm verbessert und zur Lebensqualitätsverbesserung, aber auch zu den Heilungschancen beigetragen. Vielen Dank für dieses Interview, Herr Professor Link. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com-nachtvorlesung und auf YouTube. Werden Sie gesund! Werden Sie gesund!